Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Definitiv der Hammer. Averys Symbol. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Klar, He-Man. Oh, das ist doch bestimmt 600-700 Kilo, Alter. Was ist denn hier? Oh. Mal sehen, was passiert. Oh. 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 Okay. Oh. Okay. Die Mechanik geht nach vorne. Die Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Hier irgendwas machen. Nein. Lass uns wohl noch mal eben umkommen, ja. Bringen wir das zu Ende, ja. Okay. 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 Ob ich denn hier irgendwo irgendwas... Nein. Jetzt fass ich mir shit, doch ja. Ach so, Moment mal. Okay. 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 William Mace, Tariq Bin Malik und Christopher Condit. Acht von zwölf. Oh, ist die da oben? Hey, ich schau mal, das ist wohl auf dem Ring der Hinsichtstift. Schwierig. Dieser Bin Malik sieht auch in draußen. Na ja, ist er auch. Macht er so weit weg von der Barbareskenküste. Das ist gleich wie wir. Er sucht sich extra. Okay, almost da hin. Also. Okay, wir müssen schauen, wie weit sie daneben leben, wenn sie am Licht stehen. Was ist das schon? Ein oder noch viele? Ich habe jetzt echt nicht darauf geachtet. Da habe ich noch einen oder zwei? Du hast es. Habe ich es? Ich habe es. Und der Rest unserer Crew. Richard Wundt, Edward England und Thomas auch. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal. Wir müssen die Symbole drehen, bis das Licht richtig auf sie scheint. Seltsam. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Zerf. Mal sehen. Wow. Okay, wohin jetzt? Heilige Scheiße. Da ist deine fehlende Avery-Statue. Nicht zu klein. Was? Ich glaube langsam, wir sind ein Freund geworden. Kleiner hat Sist. Echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Puh, das geht's. Ganz schön tief runter. Oh, müssen wir jetzt hier klettern, können wir nicht einfach ins Wasser springen. Also Nathan, und sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Ich würde einfach gerne ins Wasser geschwungen damit. Aber so geht's auch. Reiß dich bitte, bitte, bitte. Ist nicht gerissen. Schön. Okay, komm runter. Unser Boot hier, oder? Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Käpt'n. So, und ab ins Wasser. Okay, die Insel mit Averys Riesen-Statue liegt rechts. So aufgeregt mir. Zittern buchstäblich die Hände. Ja, das gefühlt ja nicht. Entweder das, oder... Braucht eine Zigarette. Vielleicht etwas zu beide. Der Mann hatte ein Fernrohr. Er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das. Dann schauen wir doch mal da durch, oder was mit ihr? Okay. Muss sich hier auch lohnen, hier. Ein schwächer Hunter. Okay, wo ich von einer Seite... So... ...wiederrede, komm. Okay. Und... Okay, Käpt'n. Was sehen wir hier? Da. Und? Große Totenkopf-förmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Es muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man... Libertalia. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig... ...ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir dein Hals aus Alcázas Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okay's sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Schau mal. Ja. Ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Nathan! Sie wollen aus! Oh, shit! Nathan! Nathan! Oh, scheiße! Nathan! Nathan! So meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnern das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, ich werde versuchen alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!